Hallo Leute, ich war für euch in Aachen beim Deutschland sucht den Superstar Casting und was ich da alles erlebt habe, das zeige ich euch jetzt in den nächsten Clips. Viel Spaß beim Anschauen! So, das ist unser Zug nach Aachen. Ja, dann suchen wir uns mal ein Plätzchen. So, wir sind hier bei Deutschland sucht den Superstar in Aachen. Scheint fast keiner mehr hier zu sein. Das aiming natürlich auch nach Putre fight. Und dasctional mit Mmmhofen. glue auf den Boden da den Skem mostgoogleäven App. going Aachen kann zeignen. oder die danken mit Frau Böden da ist viertiert. Die danken und dessen waren kein Smartsmann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.